Ich könnte jetzt... Das würde wahrscheinlich eher auf Ryodo gehen. Was machen wir denn? Oh, süßer 16er-Schaden. How cute. How cute. Ja, Heiler sind auch nicht eher daran gedacht, Nahkampfschaden zu machen. Ist doch nicht so viel Leila! Okay, da konnte sie sie nicht... äh, kontern. Hätte ich ausweichen müssen. Wie gesagt, learning by doing, ne? Echt mal! Poison Antidote. Ja. Poison. Poison, Poison, Poison. Ich seh schon, das wird alles total... ...überhaupt nicht großartig. Aber hey, je mehr wir kämpfen, desto... Oh, hallo Spinni-Spinilein. Du warst surprised! Von beiden Seiten! Hilfe! Nooo! Carsten? Sie könnte ich kontern. Wenn sie gerade am Kasten ist. Ha, cancelled! Super Teamarbeit, ihr zwei! Na, was denn, wenn du das angreifst? Und Sie kriegt gerade auf dich los. Super ausgewichen. Das sieht nicht so aus, als würde ich die Kasten... Nein. Taktisches Vorgehen. Aber hey, zu zweit klappt das ja schon mal... ...auch recht gut. Warten Sie, bis wir mehr Charakter in der Party haben. So 500! Oder so viele, wie es Pokémon gibt mittlerweile. Über 700. Oh, hallo Schlange. Ich wollte eigentlich nicht vor dir wegrennen, aber... ...wenn du weißt... Von der Schnelligkeit der Schlange müsste sie eigentlich gerade so zwischen Komm und Eck stehen, wenn ich mit dem Crit... ...ja. Was heißt hier gerade so? So schnell, wie das Ding angeschrissen kommt? Ich könnte dich canceln. ...ja, canceln bitte ich dann. Schneller! So viel zum Canceln. Direkt mal gekontert. Wow, und ich seh gerade, ich sollte mal heilen. Heilen? Was ist das? 400, 200... Fühl dich geheilt, Elena! Hm, ja, eine Schlange greift mich an. Wie schnell ist eigentlich dein... Das ist im Grunde drei Sternen, das heißt, es müsste schnell gehen. Und die Schlange zieht nicht so viel ab. So, wer will hier gerade... Vielleicht ist das richtig, dass du auf Elena gehst. Hm. Suspect. Ah, checken, ausweichen, ausweichen. Nee, wir tun sowas. Warte, hier, Rache. Das ist critical. Ja! Wie elegant ist denn Elena jetzt, bitteschön, um, äh, den, äh, ja, Speyerangriff der Schlange umgerannt. Seh elegant. Kommst wieder angeschlängelt, richtig? Zielsuchende Säure. Gift, gedöns, ding. Ja, super. Vielen Dank auch dafür. Kann ich eigentlich auch so ein Doppel-Quit machen? Na gut, du bist jetzt eh besiegt. Ja, genau, auf Elena, die arme Kleine. Vielleicht gibt's Zeit, um dich zu heilen. Und schon wieder, Elena! Sag mal, hast du irgendwas gegen sie? So, Ryodo. Elena, mach die Schlange fertig. Team Arbeit! Ja, echt, ma. Ich seh schon, die Kämpfe werden sehr lange dauern. Aber hey. Aber hey, was soll's. Sieht ja noch viel größer aus. Kann ich da oben? Kann ich auch lang. Für ne Sekunde sah das so aus, als hätte Ryodo vorgehabt, den Elena durchzuschneiden. Vögelchen! Hab ich's von... Ne, ich hab's nicht von den Nervous Charles. Ich wurde dafür überrascht. Überraschung! Versuch's war's wert. So viel dazu. Du greifst gerade Ryodo an. Was haben die eigentlich für komische Füße? Und ich hab's noch nie. Hm. Wieso? Reuchtet... Achso. Ne? Warum blinken die Icons meiner Charaktere da unten so? Heißt das, der will Riodo angreifen und er Elena? Das sieht aber nicht so aus, als würde er Richtung Riodo fliegen. Worauf steuerst du zu? Ja wirklich? Okay. So wie dazu, Elena. Interessant. Du hast weniger und du bist auch gleich wieder am Zug. Elena! Du willst ihn angreifen und er möchte dich gerne angreifen. Wenn du beim Egg angekommen bist, müsste er das wird knapp. Der Gegner könnte Elena wahrscheinlich kontern. Nee, sie verfehlt einfach. Und jetzt alle zusammen! Team Arbeit! Noch harter! So hart wie noch nie! Ich muss auch harter daran arbeiten, die Gegner von hinten zu erwischen, damit sie mich nicht überraschen, sondern ich sie überrasche! Bäm! Hallo! Schlange! Ich habe ein Déjà-vu! Das hätte mir so einen Kampf schon mal gemacht. Aber hey, das Spielchen kennen wir ja schon. Jetzt wird was auf den und du machst Surprise, Surprise auf ihn, um ihn zu canceln. Naja, du reißt so langsam, Mann! Impact Bomb! Ah, könntest du eigentlich mal ausprobieren. Yay, friss das! Alter! Schicku, schicku! Willst du Lane angreifen? Ach! Lane sollte sich mal nächste Runde heilen. Und du machst die Schlange fertig. Nice! Practice if you want to beat me. Echt mal! Love a lab! Juhu! Alter, wie groß ist dieser Pilzwald? Hallo, Mr. Schlange. Habe ich dich überrascht? Yeah! Willst du Lane angreifen? Tja, tja! Ready? Go! Leina, du musst mir Zielen üben, ja? Bin ich schneller als die Schlange? Oh, entweder countert sie mich oder... Ich habe sie gecountert, okay. Das garantiert nicht schneller. ist sie da hinten. Oh, ich habe sie noch mal auf Verteidigung. Jetzt kommen sie angekrochen. Creech, Creech. Creech, Creech. Hmm, Leina kann dich eigentlich fertig machen. Wehe, du triffst nicht, Mädel! Bis zum nächsten Mal.